Am Anfang waren alle überfordert, das war natürlich eine neue Situation. Also es ging auch alles sehr schnell für die Lehrer und ja auch für die Schüler. Ich habe Angst, dass wir wieder in Homeschooling kommen, weil wenn wir Homeschooling waren, war Unterricht halt nicht so gut. Nur zu Hause bleiben und zu Hause bleiben. Ich fand das doof. Ich fand es ziemlich beängstigend, weil ich Angst habe, dass irgendwer von der Familie stirbt. Dann habe ich eigentlich nur im Bett rumgelegen und Fernseher geguckt. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass Corona vorbei ist. Corona und Kinder, ich begrüße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu diesem Phoenix Plus. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, sind Kinder die Verlierer der Pandemie? Und wir haben diese Sendung ganz bewusst mit Kinderstimmen begonnen, denn die werden selten gehört dieser Tage. Und sie sind immer noch erstaunlich sanft und klaglos, wie ich finde. Genug Zeit also an dieser Stelle einmal Klartext zu sprechen. Seit Beginn der Pandemie leben Kinder in Angst vor dem unsichtbaren Virus. Sie leben mit der Angst, die eigenen Großeltern in Gefahr zu bringen. Sie wurden eingesperrt, zu Hause dem Druck in den Familien ausgesetzt. Sie wurden als Infektionstreiber diffamiert und sitzen mit Masken stundenlang in eiskalten Unterricht, ohne Luftfilter, dafür mit strengsten Testpflichten. Viel strenger übrigens als für jeden Erwachsenen. Und Kinder sind nun mal keine kleinen Erwachsenen. Sie leiden anders unter der Situation. Wir schauen uns in dieser Sendung drei Bereiche an, wo die Defizite besonders drastisch sind. Wir schauen auf die Bildung, die körperliche Gesundheit und, damit geht's jetzt los, die mentale Verfassung der Kinder. Pandemie und Lockdown. Für unsere Kinder sind das eigene dunkle Jahreszeiten geworden. Es war ganz langweilig zu Hause, weil man mit den Nachbarskindern nicht mehr spielen konnte. Dadurch haben sich manche Beziehungen auch, wenn man zum Beispiel ganz eng miteinander befreundet war, haben die sich halt entfernt, weil man sich halt nicht treffen konnte. Ich fand es ziemlich beängstigend, weil ich Angst habe, dass irgendwer von der Familie stirbt. Seit Corona sind die Kinder- und Jugendtherapiepraxen voll. Ab 2010 geborene Kinder vor allem waren noch nie so unglücklich wie heute, zeigen Studien. Pauline ist vier Jahre alt und hat die Hälfte ihres Lebens im Corona-Ausnahmezustand verbracht. Während des Lockdowns ohne Balkon, Garten, Auslauf. Nur zu Hause bleiben und zu Hause bleiben. Ich fand das doof. Paulines Mutter ist alleinerziehend. Ein Stress-Teufelskreis. Also man hat nach ein paar Tagen eigentlich schon gemerkt, dass sie keinen Schlaf-Wach-Rhythmus mehr hat, dass sie keinen Appetit mehr hat, außer Aussäßigkeiten. Wir haben hier Bewegungsprogramm gemacht ohne Ende und Kreativprogramm, aber das war einfach nicht genug. Bewegungsmangel, Stress, der sich überträgt. Die Kinder sind zu den größten Leidtragenden der Pandemie geworden, sagen Psychologen. Sie sind am Anfang häufig als Virusträger bezeichnet worden. Man hat sie sozusagen als Infektionsrisiko bezeichnet. Und man hat nicht gesehen, dass Kinder schon auch besondere Menschen sind, die eben viel mehr Bewegung brauchen, die den Kontakt brauchen, das Spiel brauchen mit anderen, weil sie im Spiel den Alltag bewältigen, auch Sorgen und Nöte im Spiel bewältigen können. Und dazu brauchen sie die anderen. Die anderen geben ihnen korrigierende Erfahrungen. Kinder haben im Landtag in Niedersachsen Platz genommen und erzählen von ihrer persönlichen Corona-Zeit. Die Kindheit als Sprung ins Leben wurde für die Kleinen zu einem vorsichtigen Tasten. Dass man Maske tragen musste und dass man einmal halt nicht so viel feiern durfte, weil einmal da konnte ich dann meinen Geburtstag nicht so schön feiern, wie ich es eigentlich gerne wollte. Also dass meine Hobbys nur am Computer stattfinden konnten. Gefühlte Bedrohung von außen, Rückzug nach innen. Jedes Kind reagiert anders. Vereinsamung, Homeschooling ohne Mitschüler zum Anfassen. Das Augsburger Institut für Generationenforschung hat ausgewertet, wo unsere Kinder jetzt Nachholbedarf haben. Corona hat einen Graben in der Schule gerissen. Denn einige Kinder haben zu Hause sogar besser gelernt. Da haben wir herausgefunden, dass es Schüler gibt, denen das sehr gut tat und Schüler, die sich sehr schwer taten, nicht im Klassenverband zu sein, nicht vom Lehrer nochmal nachjustiert worden zu sein. Und wenn jetzt da beide Gruppen zusammenkommen, ist es für den Lehrer ein großer Spagat zwischen Schüler, die zu viel können auf der einen Seite und Schüler, die eben vernachlässigt worden sind. Oder denen es schwerfiel, zu Hause zu lernen und diesen Spagat zu meistern. Das wird für Lehrer eine große Herausforderung. Viele Herausforderungen, die wir mit unseren Kindern nun meistern müssen. Das Beste, sagt die Psychologie, ist Reden. So viel wie möglich. Und auch wenn wir weiter Maske tragen werden, das ist vielleicht das Geringste, um aus dem Corona-Blues gemeinsam rauszukommen. Ob die jetzt die Masken tragen, das haben die eigentlich eher spielerisch wahrgenommen. Da hatten wir jetzt keine Feststellung, dass die Kinder da in irgendeiner Form was Negatives für sich mitnehmen, sondern eher, wie die Eltern sich verhalten oder dass die Eltern gestresster sind, dass die Eltern irgendwie plötzlich einen anderen Ablauf haben am Alltag. Das hat einen größeren Einfluss gehabt auf die Kinder als die Pandemie als solches. Die simple Botschaft also, das Vorbild der Eltern hilft unseren Kindern stark zu sein und stark zu bleiben. Auch in der dunklen Zeit von Corona. Ja, diese dunkle Zeit von Corona. Was macht sie mit der Psyche? Das bespreche ich jetzt mit Professorin Silvia Schneider, Kinder- und Jugendpsychologin. Sie leitet den Lehrstuhl für klinische Kinder- und Jugendpsychologie der Ruhr-Universität Bochum. Hallo, Sotin. Hallo, ich grüße Sie. Wir steuern in den zweiten Corona-Winter. Welche Erkenntnisse, gibt es Studien, haben Sie bis dato über den Zusammenhang von den psychischen Problemen bei Kindern und der Pandemie? Ja, es wurde ja auch schon im Laufe der Sendung schon angedeutet. Wir haben hier mit einer Gruppe, mit einer Altersgruppe zu tun, die, glaube ich, während der gesamten Corona-Zeit wirklich vernachlässigt wurde. Und wir haben viel zu wenig geschaut, was passiert eigentlich mit unseren Kindern und Jugendlichen. Aber das wenige Wissen, das wir mittlerweile haben, zeigt sehr, sehr klar, dass unsere Kinder und Jugendliche stark, psychisch stark unter Corona leiden. Und das heißt insbesondere große psychische Belastungen im Sinne von Ängsten, die deutlich angestiegen sind, Depressionen, die angestiegen sind. Und je länger das Ganze anhält, umso größer auch der Bedarf an Unterstützung, dass also unsere Kinder und Jugendlichen das mit ihren Familien, mit ihren Eltern auch nicht mehr alleine schaffen zu bewältigen. Und dass hier mehr und mehr auch professionelle Hilfe vonnöten ist. Sie haben es angesprochen, wenn man das zu Hause bemerkt als Eltern in der Familie. Wann ist da der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen würde, jetzt hilft Reden, wie es auch im Beitrag empfohlen wurde, eben nicht mehr. Jetzt brauchen wir professionelle Hilfe. Welche Anzeichen, Verhaltensweisen gibt es, die darauf hindeuten? Also insbesondere ist es wichtig zu schauen, inwieweit die Kinder noch in der Lage sind, den normalen Alltag mitzumachen. Und es wurde ja auch eben in dem Beitrag schon gesagt, es gibt Kinder und Jugendliche, die dann komplett zurückfallen und es jeder Tag sozusagen anstrengend ist, sie es nicht mehr schaffen, eine Alltagsroutine aufrecht zu erhalten, nicht mehr aus dem Bett kommen, zu nichts mehr zu motivieren sind. Und wenn das über längere Zeit anhält, dann ist es auf jeden Fall wichtig, da auch professionelle Beratung zu holen und gegebenenfalls auch wirklich längerfristige Hilfe in Form zum Beispiel von Psychotherapie. Wie geht man dann vor? Meldet man sich zuerst beim Kinderarzt oder wie kommt man an so einen Therapieplatz? Also typischerweise ist es so, dass man sich im Netz auch informieren kann, dass man da schauen kann, welche psychotherapeutischen Einrichtungen gibt es. Es gibt aber auch Beratungsstellen, die man sich erst einmal auch anschauen kann, wo man hingehen kann. Man kann über den behandelnden Arzt, Hausarzt oder auch eben Pädiater versuchen, auch Anlaufstellen zu bekommen und sich dort zu melden. Aber wir wissen natürlich auch, dass es einen Riesenbedarf gibt. Wir selber haben hier in unserer großen klinischen Einrichtung natürlich jetzt auch einen Riesenansturm von bedürftigen Kindern und Jugendlichen. Und es gibt Wartezeiten. Und das heißt, wir müssen zusätzlich wirklich auch noch etwas in Bewegung bringen, damit wir Kindern und Jugendlichen zeitgerecht und früh auch helfen können. Damit es erst gar nicht so lange anhält, dass die Kinder wirklich in Psychotherapie gehen müssen, die über längere Zeit oder Wochen auch dann anhalten muss. Frau Professor Schneider, wir sprechen gleich noch mal weiter, wie es aussieht oder wie es funktionieren kann, dass man sich Hilfe und Therapie holt. Wollen wir uns jetzt noch einmal anschauen. Einsamkeit und Angst, die können wirklich krank machen und das kann jeden treffen. Wie sich das anfühlt, wenn plötzlich gar nichts mehr geht, das können wir an einem Beispiel sehen. Der Leo war mutig genug, sich dabei filmen zu lassen für Fernsehen. Leo eigentlich ein ganz normaler Junge bis Corona kam. Leo Richter ist zwölf Jahre alt. Er ist ein guter Schüler, spielt leidenschaftlich Handball, trainiert mit seiner Mannschaft mindestens viermal pro Woche. Bis Corona kam. Durch Homeschooling und das ständige Alleinsein entstehen bei Leo Ängste. Er bekommt Bauchschmerzen, wird traurig und völlig antriebslos. Naja, Training ist halt ausgefallen. Man muss halt nicht so früh ausstehen, wie wenn man zur Schule geht. Also habe ich eigentlich so relativ ausgeschlafen, habe dann die Aufgaben gemacht. Dann habe ich eigentlich nur im Bett rumgelegen und Fernseher geguckt. Naja, ich wollte halt nicht wirklich raus, weil ich halt Angst hatte, Corona zu bekommen. Damit es ihm besser geht, geht Leo zunächst einmal pro Woche zu einer speziellen Ärztin. Die spricht mit ihm über seine Probleme und Gefühle, versucht Leo Tipps zu geben, um ihn aus seinem Loch zu reißen. Doch weil das nicht reicht, ist er seit gut zwei Wochen in einer Fachklinik in Behandlung. Und Leo ist nicht der Einzige. Viele Kinder und Jugendliche haben mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Erfolge in der Schule, positive Zuwendung durch Freunde, Erfolge im Sport, positive Aktivitäten, all das fällt halt weg. Forschende haben herausgefunden, wegen Corona gibt es mehr Kinder, denen es so geht wie Leo. Bei vielen von ihnen verschwinden die Ängste und traurigen Gedanken auch nicht sofort, nur weil jetzt gerade wieder ein normaleres Leben möglich ist. Leo lernt, was er tun kann, wenn er traurig wird, wie er sich mit Konzentrationsspielen statt Fernsehen ablenken kann und dadurch sogar die Bauchschmerzen verschwinden. Denn Leo hat vor allem einen Wunsch. Mir ist halt wichtig, dass ich so schnell wie es geht quasi meine Probleme beseitigen kann und wieder zum Training kann. Die Hoffnung kann man sehr gut verstehen. Aus Ihrer Erfahrung, Frau Professor Schneider, wie lange dauert es, bis man ein solches Tief überwunden hat? Das kann man schwer wirklich standardisiert für alle Kinder gleich sagen. Wichtig ist erstmal, dass es eine zielgerichtete psychotherapeutische Unterstützung für solche Probleme gibt. Und da wissen wir, dass zum Beispiel das, was auch schon gesagt wurde, so etwas wie Strukturierungshilfe im Alltag, dass Unterstützung auch gegeben wird, wie ein Kind wieder in eine Struktur mit Aktivität über den Tag hinweg verteilt kommt. Dazu gehört zum Beispiel auch Training in Schlafhygiene. Dazu gehört auch der Umgang zum Beispiel mit Medien. Das ist ja alles unter den Corona-Bedingungen in vielen Familien auch ein Stück weit aus dem Ruder geraten. Und da ist es wichtig, hier wieder Ordnung reinzubringen. Aber natürlich auch die Ängste, die mit Corona verbunden sind, auch anzusprechen, realistisch einzuordnen und eben auch Handlungsmöglichkeiten zu geben. Wie kann ich eigentlich mit den Sorgen und mit der Bedrohung umgehen? Und wie kann ich mich auch am besten schützen? Und das gibt mir auch wieder das Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit. Welche politischen Weichen müssten denn gestellt werden, um Kindern und Jugendlichen jetzt ganz konkret zu helfen? Und zweiter Teil der Frage, welche politische Maßnahme bzw. Einschränkung hat Ihrer Meinung nach den größten Schaden angerichtet bislang? Politisch ist es wichtig, dass wir hier gucken, dass wir für die Kinder möglichst niederschwellig, also möglichst in ihrem Alltag Unterstützung bieten. Und da ist natürlich der ideale Ansatzpunkt in den Schulen, jetzt nach diesen verschiedenen Lockdowns und jetzt, wo wir wieder in die nächste Welle reinkommen, dass wir da in den Schulen Hilfsangebote anbieten, im Unterricht zum Beispiel auch einzelne Lektionen haben, die sich mit dem Thema Corona beschäftigen. Was kann ich tun? Wie bin ich betroffen? Und das darüber reden, auch in der Schule umzusetzen. Und wenn man jetzt zurückblickt, was war das, was sicher für unsere Kinder und Jugendlichen besonders schwierig war? Das war letztendlich das viele Hin und Her. Dieses ständige Ungewissheit, wird es wieder eine Schließung geben? Wird es einen geregelten Schulalltag haben? Und wenn wir eins wissen aus der psychologischen Forschung, dann ist so etwas wie Vorhersagbarkeit, also auch zu wissen, was kommt auf mich in der nächsten Zeit zu, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, um zum Beispiel auch gut lernen zu können, um gesund aufwachsen zu können. Und das war natürlich im letzten Jahr kaum möglich. Und hier muss die Politik wirklich besser vorbereitet sein und klare Regeln auch, die vorhersagbar sind, schaffen, damit Kinder und Jugendliche ihren Alltag auch wieder mehr strukturieren können. Kinder und Jugendliche brauchen Sicherheit, sagt die Kinder- und Jugendpsychologin Silvia Schneider. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Kinder, sie haben ja keine Wahl. Andere entscheiden für sie. Eltern, LehrerInnen, PolitikerInnen. Allerdings, Kinder haben Rechte. Unter anderem das Recht auf Bildung. Hier hat die Corona-Krise sehr deutliche Mängel offenbart. Marode Schulen, Digitalisierung, Fehlanzeige. Dazu ein Träger-Verwaltungsapparat, wo Schulschließungen für Montag, am Freitagnachmittag mitgeteilt werden. Und während Kinder dann im improvisierten Homeschooling selbstverständlich weiter Leistung erbringen müssen, die benotet werden, denn hier wurde nicht improvisiert, na ja, währenddessen hat das politische Management keine Konzepte entwickelt für die Zukunft. Im Gegenteil. Man stolpert planlos weiter von Welle zu Welle. Maximale Unsicherheit. Mit diesem Gefühl schieben die Eltern an dieser Kaiserslauterner Grundschule ihre Kinder zurück ins Klassenzimmer. Tag 1 nach den Sommerferien, Monat 17 in der Pandemie. Und doch gleicht es weiter einem Lotteriespiel, wie gut Schulen vorbereitet sind. Knapp 3 Mio. Grundschulkinder sind zu jung für eine Impfung, jetzt dem Virus ausgesetzt. Das macht ihre Eltern wütend. Wir sind jetzt in der 4. Welle und die kam weiß Gott nicht überraschend. Und hier hätte man vielleicht doch irgendwo die letzten Wochen und Monate irgendwo vorausarbeiten können. Ich denke, dass die Politiker kümmern sich um Wirtschaft mehr. Wenn doch die nächste Variante hinzukommt, dann kann natürlich die Situation sehr schnell sich verändern. Und wir können wirklich vor einem Desaster stehen. Wie riskant ist es, wenn sich reihenweise Schulkinder mit Corona infizieren. An Deutschlands größtem Kinderkrankenhaus, am Klinikum Stuttgart, war man auf alles vorbereitet. Aber es kamen kaum Kinder mit Corona. Von etwa 40.000 kleinen Patienten pro Jahr wurden seit Ausbruch der Pandemie gerade mal 20 Kinder wegen Corona eingeliefert. Im Vergleich mit anderen Atemwegsinfekten, wenn man jetzt schaut, wir hatten 20 Kinder nur wegen Corona stationär. Wir haben normalerweise in den Infektwellen über den Winter mehrere hundert Kinder stationär wegen anderer Atemwegsinfekte. Da muss man also sagen, Corona wird von den Kindern schon sehr gut weggesteckt. Woran das liegt, kann Mitte August ein deutsches Forscherteam erstmals nachweisen. Sie zeigen, dass das kindliche Immunsystem in den oberen Atemwegen deutlich besser mit dem SARS-CoV-2-Virus fertig wird, als das von Erwachsenen. Wir haben festgestellt, dass bei den Kindern all die Abwehrmechanismen, die es braucht, um das SARS-CoV-2-Virus effizient zu bekämpfen, quasi schon voraktiviert, schon in Alarmbereitschaft sind. Und damit kann das Virus sich gar nicht ungehemmt vermehren. Und es kommt eben nicht zu diesen langen Krankheitsverläufen, wie wir sie bei Erwachsenen häufig beobachten. Trotzdem, das Virus einfach wüten lassen sei fahrlässig, sagen Kinderinfektiologen. Sie haben die Regierung beraten. Einheitliche Quarantäneregeln empfohlen, eine Art Ampelsystem je nach Infektionsgeschehen. Bundesweit umgesetzt wurde nichts. Ich denke, dass vor der Öffnung der Schulen in den Bundesländern, dass da schon eine einheitliche Regelung hätte getroffen werden müssen. Erst Regelung, dann Öffnung und dann die Kinder sicher in die Schule. Das wäre richtig. Schon jetzt verzeichnen Kinderkliniken die erste Erkältungswelle. Was passiert, wenn Atemwegsinfekte und das Coronavirus aufeinandertreffen? Unklar. Auch deshalb fordern Mediziner einen Plan. Es gilt zu verhindern, dass sich zu viele Kinder gleichzeitig anstecken. Welche Infekte belasten die Kinder gerade am meisten? Womit stecken sie sich an? Ist das Covid-19? Ist das das RS-Virus, von dem man gerade so viel hört? Fragen wir einen Mann aus der Praxis im doppelten Sinne. Ich begrüße Jakob Maske, Kinderarzt und auch Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Ich grüße Sie. Hallo. Womit kommen die Kinder derzeit zu Ihnen? Ja, vor allen Dingen sind das Erkältungsinfekte. Und die Erkältungsinfekte haben ganz verschiedene Ursachen. Es sind in der Regel Viren. Und die sind mannigfaltig, ob das jetzt das RS-Virus ist oder ob das andere Viren sind. Das spielt in der Regel auch keine große Rolle. Wir testen das auch gar nicht, weil die Kita-Kinder und die Schulkinder durch diese Viren in der Regel nicht bedroht sind. Es sind einfache Erkältungen, die dadurch entstehen. Welche Rolle spielt denn dann überhaupt Corona in Ihrer Praxis? Also Corona spielt natürlich eine Rolle, weil die Kinder sich in der Schule testen. Und dadurch fallen die Kinder mit Corona-Infekten natürlich auf. Die Schnellteste werden positiv. Und diese müssen nachgetestet werden in der Praxis. Aber sie fallen nicht auf als kranke Kinder. Das ist extrem selten. Haben wir auch, aber extrem selten. Kränker werden die Kinder eher durch andere Viren. Corona ist einer der vielen Erkältungsviren für Kinder, die natürlich aber ganz andere Bedeutung noch haben. Schauen wir mal auf die Nebenwirkungen von Corona. Die Begleiterscheinungen wie Bewegungsmangel oder auch sehr viel Zeit, die an den elektronischen Geräten verbracht wird. Kommen die Eltern damit zu Ihnen? Ist das ein Thema? Ja, selbstverständlich. Also die sekundären Folgen von Corona, also die Folgen von Lockdown-Maßnahmen etc. sind das, was uns wirklich beschäftigt. Hier entstehen tatsächlich sehr schwere Erkrankungen. Essstörungen, psychiatrische Erkrankungen sind schon erwähnt worden. Das sind natürlich Dinge, damit schlagen die Jugendlichen zunächst mal bei uns in der Praxis auf. Und wir leiten diese Kinder dann möglichst weiter. Und es fällt uns zunehmend schwer, weil die Menge deutlich angestiegen ist. Wir haben da tatsächlich große Bedenken und sehen noch nicht wirklich ab, wie uns das in die nächsten Monate und Jahre begleiten wird, weil das natürlich keine Erkrankungen sind, die ganz schnell wieder weggehen. Das Gleiche gilt eben für Tablet-Nutzung oder Bildschirmbenutzung und natürlich auch für die Adipositas, für das krankhafte Dicksein. Herr Maske, wir sprechen auch gleich noch mal weiter, schauen aber zuerst im Beitrag noch mal auf eine andere Begleiterscheinung von Corona. Die Masken, die bieten in Innenräumen ja einen gewissen Schutz. Das wissen wir. Und Kinder ohne Impfung, na ja, die brauchen Schutz. Im Unterricht allerdings sind sie störend, sagen Lehrer, man sieht weniger Mimik, man versteht schlechter, was gesagt wird. Manche Eltern beklagen Konzentrationsstörungen bei ihren Kindern. Was also tun? Maske auf, Maske ab. Dazu gibt es in den Bundesländern mittlerweile ganz unterschiedliche Regelungen. Schauen wir auf ein Beispiel aus Berlin. Leopold, acht Jahre. Er geht in die dritte Klasse einer Berliner Grundschule. Der Covid-Test zweimal die Woche ist längst Routine für ihn. Eine Maske muss er seit kurzem nicht mehr tragen. Richtig wohl ist ihm dabei aber nicht. Wir müssen jetzt hier keine Maske tragen. Aber ich trage trotzdem ein, damit die Chance, dass ich krank werde, nicht so unfassbar hoch ist. Corinna Alexandra Rader. Leopolds Mutter und Elternvertreterin an der Schule. Sie selbst ist längst geimpft. Für Kinder unter zwölf ist das aber noch nicht möglich. Deshalb will sie die Maskenpflicht zurück. Der Arzt kann mir nicht garantieren, dass es mein Kind nicht trifft. Und Eltern interessieren nicht alle Kinder und wie viel Prozent von Kindern ihre Verläufe haben, sondern Eltern interessiert immer ihr eigenes Kind. Christoph Seul, Schulleiter an Leopolds Grundschule. Die Frage, Maske ja oder nein, ist für ihn nicht ganz so leicht zu beantworten. Sicherheit geht vor. Aber verständlichen Unterricht hinter Masken zu machen, das war eine Herausforderung. Es gibt einige, die haben das auch persönlich formuliert, begrüßt, gesagt, es ist schön, dass die Maskenpflicht gefallen ist. Aber mehrheitlich würde ich sagen, sind die Kollegen darauf aus, auf Gesundheitsschutz. Und ordnen sozusagen das Problem, das man sich nicht sieht, eher unter. Katrin Habermann, Leopolds Klassenlehrerin. Sie geht pragmatisch an das Thema Maskenpflicht heran und würde alles dafür tun, damit es nicht zu einem neuen Corona-Lockdown kommt. Ich will eigentlich nur, dass die Schulen offen bleiben. Ich will nicht, dass die Kinder noch mal wieder nach Hause geschickt werden. Wir sehen hier schon in der Schule, dass das gerade im Sozialverhalten einfach viele Probleme mitbringt. Jakob Maske, Kinderarzt. Seine Praxis ist gut besucht. Die Erkältungssaison hat begonnen. Corona-Fälle unter seinen jungen Patientinnen und Patienten sind eher selten. Er sagt, es ist höchste Zeit, dass die Kinder wieder ohne Maske in die Schule dürfen. Und nicht die Kinder könnten die Pandemie beenden, auch wenn sie es gern würden. Leopold aus der 3. Klasse bekommt endlich das Ergebnis seines Corona-Tests. Negativ. Erst mal gut so. Aber auch er sehnt sich nach einem Ende der Pandemie. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass Corona vorbei ist. Ja, wer würde das nicht? Jakob Maske, Kinderarzt und Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, ist uns weiter zugeschaltet. Über die Maskenpflicht an Schulen wurde und wird viel diskutiert. Wir haben es gehört. Sie finden, es ist höchste Zeit, dass die Maske runterkommt. Warum? Na ja, wir haben das in einer Zeit gefordert, wo die Inzidenzen noch nicht so deutlich hoch waren wie jetzt. Sie haben in Ihrem Beitrag ja gezeigt, da fühlt sich ein Kind mit Maske wohler als ohne. Das muss uns doch zu denken geben. Wir müssen endlich wieder zurück zur Normalität bei Kindern und Jugendlichen. Wir sehen, dass wir in Situationen kommen, die eigentlich so für Kinder nicht gesund sind. Und auch wenn Kinder relativ unproblematisch unproblematisch die Maske tragen, heißt es nicht unbedingt, dass sie davon keine Schäden wegtragen. Selbstverständlich müssen wir aber auch sehen, dass der Weg mit Corona nicht geradlinig ist. Wir müssen manchmal zwei Schritte vorangehen und auch wieder einen Schritt zurück. Also wenn tatsächlich die Inzidenzen weiter steigen, wenn da eine wahnsinnige Dynamik drin ist, dann muss man unter Umständen auch wieder zur Maskenpflicht zurückkehren. Dieser Weg muss offen sein. Dafür muss man sozusagen eben auch als Arzt und auch als Eltern, als Kinder leider offen sein, weil wir haben keinen Weg, der geradlinig nach vorne führt. Das ist so ein bisschen ja das Problem, dass man unheimlich viele verschiedene Meinungen auch zu dem Thema hört. Wir haben jetzt Ihre gehört. Ich zitiere Andreas Bartsch, Präsident des Lehrerverbandes Nordrhein-Westfalen. Der hat gesagt, Schülerinnen und Schüler scheinen lernfähiger zu sein als die Politik. Ich würde mal sagen, drei Viertel von Ihnen tragen nach wie vor die Maske. Und ich ergänze an der Stelle dazu, in Nordrhein-Westfalen gibt es an sich eigentlich keine Maskenpflicht mehr im Unterricht. Also im Zweifel für den Schutz. Was soll daran schlecht sein? Naja, man muss immer überlegen, was ist jetzt Schutz? Wollen wir die Kinder vor der Erkrankung schützen, die sie eigentlich gar nicht krank macht? Oder wollen wir die Kinder von psychiatrischen Schäden, Folgen schützen, die unter anderem auch die Maske bei so einem Kind machen kann? Wenn ein Kind formuliert, dass es sich mit Maske wohler führt als mit ohne Maske, dann ist das für mich etwas, was mich erstmal beeindruckt und auch traurig macht. Insofern müssen wir uns überlegen, was macht die größeren Schäden? Sind wirklich die medizinischen Schäden das, worauf wir unser Augenmerk legen müssen? Können wir nicht den Eltern die Ängste nehmen? Das ist schwierig und es gibt immer verschiedene Lager und Meinungen, gar keine Frage. Aber medizinisch sinnvoll muss man irgendwann zu einem Punkt kommen und sagen, ab der Inzidenz ist es vielleicht noch sinnvoll, aber darunter nicht mehr. Vielleicht hat das ein bisschen zur Beruhigung der Eltern beigetragen. Vielen Dank, Jakob Maske. Gerne. Ja, die Schulschließungen, sie sollen in Zukunft auf jeden Fall verhindert werden, auch in der vierten Welle, denn so offenbart sich immer deutlicher, das Homeschooling hat Spuren hinterlassen, Bildungslücken und die eben angesprochenen psychischen Probleme. Zur Behebung hat die Bundesregierung im Frühjahr 2021 zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Und wie dringend nötig dieses Corona-Aufbauprogramm ist, zeigt eine Studie des IFO-Instituts. Markus Groß mit den Ergebnissen. Nach Aussagen der befragten Eltern haben die Schüler rund 4,3 Stunden am Tag mit schulischen Tätigkeiten verbracht. Das sind rund drei Stunden weniger als an einem Schultag vor Corona. Umso mehr Zeit haben sie vor dem Fernseher, dem Computer oder dem Handy gesessen. Im Durchschnitt waren es 4,6 Stunden. Pro Stunde, das sagen 56 Prozent der Eltern, lernen die Kinder zu Hause doch weniger als in der Schule. Bei der Mehrheit der Kinder und Jugendlichen ist es so, dass natürlich das Lernen zu Hause sehr stark leidet. Besonders leistungsschwache Schüler können zu Hause, so die Studie, deutlich weniger effektiv und konzentriert lernen. Es gibt immer noch zu wenig gemeinsamen Video-Unterricht für die Klassen, so die Kritik. Das digitale Klassenzimmer liegt immer noch in weiter Ferne. Insgesamt ist das schon eher ernüchternd, was wir sehen. Es gibt schon Schulen, die haben sich auf den Weg gemacht und machen jetzt viel mehr. Es gibt aber auch sehr viele, wo das nicht der Fall ist und wo auch gerade zu Hause das Lernen nicht so gut klappt. Um das zu verbessern, müsse die Politik klare Vorgaben für einen flächendeckenden Online-Unterricht liefern. Andauernde Schulschließungen könnten Wissenslücken weiter vergrößern. Die Corona-Krise ist eine Herausforderung für alle Schüler, Eltern und auch die LehrerInnen. Fragen wir eine, die seit 14 Jahren unterrichtet, aktuell Naturwissenschaften an einer Gesamtschule in Köln. Stefanie Heuwert, wie ist die Situation in Ihrer Klasse? Ja, also wir haben an unserer Schule viele Kinder aus recht bildungsfernen Familien, die von zu Hause aus sowieso schon gewisse Nachteile haben, was die Sprache angeht. Dass sie also zu Hause nicht Deutsch sprechen, dass sie nicht so viel Unterstützung zu Hause bekommen können, dass sie während des Distanzunterrichts lange nicht teilnehmen konnten, weil zunächst die Geräte nicht da waren, zum Teil war das Internet nicht ausreichend, in ausreichender Stärke vorhanden. Und diese Kinder haben wir zum Teil verloren, trotz intensiver Bemühungen. Und die werden deutliche Nachteile haben. Sie rechnen also mit Nachteilen, obwohl es ja das staatliche Programm gibt, Aufholen nach Corona. Da ist viel Geld reingeflossen, allein eine Milliarde Euro zum Aufholen für Lernrückstände. Ja, das hört sich erstmal ganz gut an. Ich mache mir trotzdem große Sorgen, dass von den Schülern in meiner Klasse viele das doch nicht richtig nutzen können und ihre Defizite nicht aufholen und am Ende vielleicht sogar keinen Schulabschluss erreichen. Neben den Lerndefiziten leiden viele Jugendliche ja inzwischen auch unter Entwicklungsdefiziten. Sie haben selbst zwei Kinder. Wie haben Sie das als Mutter erlebt? Ja, als Mutter sehe ich, dass meine Kinder träge werden, passiv, viel Freizeit auch an den Geräten verbringen und wenig Motivation haben, rauszugehen. Auch die erlaubten Treffen mit Freunden zum Spaziergang oder zu einer Fahrradtour haben auch eher selten stattgefunden. Das ist also schwierig, die dafür zu motivieren. Und aus eigenem Antrieb heraus kommen sie da nicht unbedingt drauf. Also ich verstehe, Kinder und Jugendliche brauchen extra Unterstützung zu Hause und in der Schule. Gibt es denn irgendetwas Positives, was Sie mitnehmen aus dieser Zeit? Ja, es gibt auch ganz viel Schönes dabei. Die Kinder haben nämlich ganz viel im digitalen Lernen gearbeitet, haben also gelernt, mit Apps und Programmen umzugehen, haben auch gelernt, sich selbstständig zu organisieren. Zum Teil sehr, sehr gut. Manche arbeiten wie erwachsene Studenten praktisch. So aufmerksam und selbstorganisiert, dass es einfach schön ist und man die dann auch gerne und viel loben kann. Stefanie Heubert, vielen Dank. Das Lob habe ich gehört, das galt den SchülerInnen. Aber auch Tadel war dabei in Richtung Politik. Da braucht es in Zukunft wohl mehr als ein Aufbauprogramm. Es braucht eine richtige Reform in Deutschland. Woanders auf der Welt mögen diese Probleme wie purer Luxus erscheinen. Da geht es für Kinder darum, überhaupt eine Schule von innen zu sehen. Mein Kollege Norman Odenthal berichtet aus Indien. Der ewige Lockdown, wie Corona-Kindern die Zukunft traut. Die Tore sind zu. Rehan bleibt nur der sehnsüchtige Blick auf den alten Pausenhof. Es ist der Blick zurück auf eine Kindheit, die nicht mehr sein darf. Das war meine Schule. Hier war ich bis zur 5. Klasse. Mein Klassenzimmer war da hinten. Und da vorne haben wir immer Cricket gespielt. Das ist alles vorbei. Meine Freunde sehe ich nicht mehr. Die Schule ist seit dem Lockdown zu, seit 18 Monaten. Und ich arbeite als Gemüseverkäufer. Statt Unterricht also Arbeit, statt Schulhof Großmarkt. Früh morgens schon rein ins Getümmel und Gewusel. Da sind die Waren frisch. Rehan ist erst 14, aber schon mittendrin. Er kauft ein, um weiter zu verkaufen, Geld zu verdienen. Er arbeitet, damit seine Familie überleben kann. Da ist keine Zeit mehr für Kindheit. Keine Zeit mehr für Schule. Immerhin hilft es mir jetzt, dass ich in der Schule Mathe gelernt habe. Ich muss ja wissen, wie viel Geld kann ich ausgeben? Wie viel bekomme ich zurück? Die ganze Rechnung. Ich darf nicht zu viel zahlen. Alles muss stimmen. Da muss ich genau rechnen. Mit 14 in der Welt der großen. Feilschen um Kartoffeln, Blumenkohl, Gurken. 2.700 Rupien, gut 30 Euro investiert Rehan. Wenn es gut läuft und er alles verkauft, macht er 3 Euro Tagesgewinn. Jeder Cent zählt. Einmal habe ich Kürbis gekauft, der schon total verrottet war. Der Händler hat ihn nicht zurückgenommen. An diesem Tag haben wir 1.000 Rupien, 11 Euro verloren. Eine teuer bezahlte Lehre. Was für eine Verantwortung. Wo ist Rehans Vater? Weg, heißt es da nur. Er ließ die Familie sitzen in der Krise, der wirtschaftlichen Not, im langen Lockdown. Einfach weg. Am Stand der Mutter ist Rehan deshalb unverzichtbar. Der Älteste der 4 Söhne muss mitarbeiten, mitverdienen. Und sich von allen anderen Plänen verabschieden. Würde ich weiter zur Schule gehen, wäre ich gern Beamter geworden. Ein guter Job. Aber jetzt verkaufe ich Gemüse. Von der Hand in den Mund. Wie für so viele, die in Armut geboren sind, scheint es auch für Rehan keinen Ausweg zu geben. Im Gegenteil, die Pandemie hat alles noch auswegloser gemacht. Arme Familien können sich Bildung kaum leisten. Als Mutter möchtest du dein Kind zur Schule schicken. Wenn du das nicht kannst, fühlst du dich schlecht. Es beschämt mich. Rehan hat das Leben vor sich und sollte es nicht damit verbringen, Gemüse zu verpacken. Aber selbst wenn die Schule wieder öffnet, wir haben kein Geld für Bücher, Hefte, Stifte. Wir brauchen alles für Miete, fürs Essen. Schuften statt Schule. Kinderarbeit hat in Indien viele Gesichter. Es gibt sie überall, in Fabriken, auf Feldern, auf der Straße. Offizielle Zahlen sprechen von 10 Millionen, Hilfsorganisationen von 40, 50 Millionen Kinderarbeitern. Gesetze verbieten das und die Verfassung garantiert ein Recht auf Bildung. Die Realität sah schon immer anders aus und jetzt erst recht. Corona holt Kinder aus der Schule und treibt sie in die Arbeit. Der Friedensnobelpreisträger Kailash Shatjarty kämpft dagegen an, doch seine Sorgen wachsen. Da die Pandemie die ganze Welt, jeden betrifft, dachten wir erst, diese Krise wird die Menschen gleicher machen. Aber das Gegenteil ist wahr. Die Pandemie hat Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten offengelegt und verstärkt. Unglücklicherweise bekommen das vor allem Kinder aus unteren Schichten besonders hart zu spüren. Schule ist der Schlüssel, könnte der Schlüssel sein. Aber wegen der Pandemie sind viele noch immer dicht, seit eineinhalb Jahren. Das ist echter Bildungsnotstand. Wenn Kinder nicht zur Schule kommen können, kommt die Schule eben zu den Kindern. So gibt es endlich wieder Unterricht, aber es ist mühsam. Viele haben vergessen, was sie mal gelernt hatten, vor Corona, vor dem Schul-Lockdown. Indien hat über lange Zeit große Fortschritte in der Bildung seiner Kinder gemacht. Mühsam errungene Erfolge, die nun von der Pandemie durchkreuzt werden. Im Hope-Bus gibt es mittags eine warme Mahlzeit. Schule macht satt, heißt ein hungriges Kind weniger. Ein Argument, das bei vielen Eltern zieht. Liebe geht durch den Magen, Bildung manchmal auch. So weltumspannend die Pandemie auch ist, so unterschiedlich sind doch die Geschichten und Lebenswirklichkeiten der Kinder in dieser Krise. Weiten wir noch einmal den Blick für das ganze Bild und schauen nach New York und Nairobi. Unsere Korrespondentinnen mit Eindrücken von vor Ort. Hier in Afrika hatte die Pandemie massive Auswirkungen. Das betrifft vor allem leider auch die Kinder. Während des Lockdowns haben viele Eltern ihren Job verloren, etwa in der Tourismusbranche. Sie konnten die Kinder nicht mehr in die Schule schicken. Denn selbst eine Schule, so wie hier hinter mir in einem Elendsviertel von Nairobi, verlangt Schulgebühren. Außerdem müssen die Schuluniformen und die Bücher bezahlt werden. Das konnten die Eltern sich schlicht nicht mehr leisten. Besonders betroffen waren junge Mädchen. Jede dritte Schwangerschaft, so geht man inzwischen davon aus, hier in Kenia ist die Schwangerschaft einer Teenagerin. Die Mädchen erhoffen sich davon, dass sie aus der Armut herauskommen, dass sie versorgt werden und sich nichts mehr kümmern müssen. Und das ist leider allzu oft ein fataler Irrglaube. Auch die sexualisierte Gewalt hat zugenommen, besonders die innerhalb der Familien in diesen beengten Verhältnissen. Man kann sich vorstellen, dass die Aggression da zunehmt. Die Familien haben die Mädchen in die Zwangsprostitution geschickt, um sich eine zusätzliche Nahrungsquelle zu erschließen, beziehungsweise eine Geldquelle. Die Mädchen wurden zwangs- oder früh verheiratet, damit man sie als Kostenfaktor in der eigenen Familie buchstäblich los wird. Und was besonders bitter war, gerade während des Lockdowns, als die Schulen hier auch geschlossen waren, waren auch die Anlaufstellen für solche Kinder und Jugendliche geschlossen, sodass sie niemanden hatten, an den sie sich in der Not wenden konnten. Hier in New York gibt man sich viel Mühe, die Kinder zu impfen. Vor den Schulen stehen Impfbusse, denn man möchte ein möglichst niedrigschwelliges Angebot machen, um es den Eltern möglichst leicht zu machen. Die Kinder haben hier während Corona stark gelitten. Viele von ihnen haben einen Elternteil verloren, manche auch Großeltern. Insgesamt geht man davon aus, in New York City und in ganz Amerika, dass es etwa 170.000 Covid-weise gibt. Für diese Kinder kommt es zu dem Trauma, das sie erlitten haben durch die Pandemie, auch noch das Trauma, einen nahestehenden Menschen verloren zu haben. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Besonders betroffen sind indigene Kinder, sind Latino-Kinder und schwarze Kinder. Und die psychischen Folgen für diese Kinder können, so glauben jedenfalls Kinderpsychologen, bis weit ins Erwachsenenalter reichen. Aber jetzt gibt es etwas Hoffnung. Hier werden die Fünfjährigen geimpft, ab fünf Jahren. Und man glaubt und hofft, dass man möglicherweise damit die Pandemie dann am Ende doch ausbremsen kann. Das Leben unter Corona-Bedingungen, ja, es zehrt an unser aller Nerven. Für Kinder und Jugendliche aber, so eine Studie des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, sind die Belastungen besonders gravierend. Die Ergebnisse jetzt, zusammengefasst von Peter Böhmer. Schulunterricht und Corona. Das Virus hat die Kinder weltweit in isoliertes Lernen getrieben. Bizarre Bilder, ob auf dem Feld oder auf dem Friedhof, weil es nur dort WLAN gibt. UNICEF ist besorgt. Ein veröffentlichter Bericht sagt, jedes liebte Kind zwischen 10 und 19 Jahren hat diagnostizierte psychische Beeinträchtigungen wie Angststörungen, Depressionen oder Verhaltensauffälligkeiten. Laut UNICEF nehmen sich jedes Jahr 46.000 Kinder weltweit das Leben, alle elf Minuten eines. Corona mit Lockdowns und Schulschließungen habe bereits vorhandene Problemlagen verschärft, sagt UNICEF. In Deutschland etwa sind die Praxen von Kinder- und Jugendpsychiatern seit der Pandemie völlig überlaufen. Wir sehen, dass sowohl die Fallzahlen in den Ambulanzen ansteigen, als auch die Notaufnahmen. Das heißt, die Kinder, die unter extremen Druck in die Kliniken kommen. Und da sind vor allem vier Bereiche, die wir dabei sehen. Es sind suizidale Krisen, also Kinder, die sagen, ich möchte nicht mehr leben. Kinder mit schweren depressiven Störungen, mit Angststörungen. Und, was uns alle ein bisschen überrascht hat, wir sehen ein ungewöhnliches Aufkommen von sehr schweren Essstörungen. Das Thema müsse raus aus der Tabuzone, sagt UNICEF. Man könne sich nicht nur um das Aufholen verlorener Schulzeit kümmern, man müsse sich auch um verlorene Lebenszeit kümmern. Und im Studio begrüße ich jetzt Rudi Tarneden. Er ist Pressesprecher von UNICEF Deutschland. Herr Tarneden, ich möchte Ihnen gerne ja das Motto unserer Sendung, diese Fragestellung, gleich an Sie weiterreichen. Sind Kinder die Verlierer der Pandemie? Ich denke, wir alle sind Verlierer von dieser Pandemie. Es sind natürlich die ärmsten Menschen. Das heißt, die Menschen, die schon vor dieser Krise Probleme hatten, im Leben zurechtzukommen, die kein Geld hatten, die schlecht gebildet waren, die haben besondere Schwierigkeiten. Die Kinder haben sehr viel eingesteckt. Fast alle Indikatoren weltweit weisen nach unten. Also Kinderarbeit hat zugenommen, Kinderarmut hat zugenommen, aber auch der Kinderschutz hat gelitten. Das sind große Schwierigkeiten. Eine Kollegin von mir aus Nepal berichtete mir, wie auch die Kindersterblichkeit zugenommen hat, weil die Gesundheitsversorgung der Kinder in den letzten anderthalb Jahren nicht mehr voll gewährleistet war. Das heißt, es ist eine Kindersterblichkeit, die erhöht ist von Kindern, die gar nicht direkt jetzt an Corona verstorben sind. Genau. Diese Kinder leiden darunter, dass sie zum Beispiel nicht geimpft sind oder weil ihre Eltern kein Geld haben, um sie in eine Gesundheitsstation zu bringen. Das heißt, die Grundversorgung der Kinder ist jetzt die zentrale Aufgabe, gerade in den ärmsten Ländern. Deswegen ist UNICEF zum Beispiel sehr stark engagiert, dabei den Impfschutz gegen Covid-19 bei Gesundheitspersonale und Lehrern in den ärmsten Ländern zu unterstützen durch die Initiative COVAX. Weltweit haben wir ja auch gesehen, sind die Auswirkungen sehr unterschiedlich auf die Kinder. Da ist der Faktor Armut spielt eine große Rolle. Wir haben jetzt ein bisschen international geguckt. Wenn wir nach Deutschland blicken, was sehen Sie denn hier als größtes Problem? Ich glaube, hier ist das Problem, dass die Kluft zwischen den Kindern, die gut versorgt, gefördert und unterstützt sind und denen, die all das nicht haben, gewachsen ist. Dass hier verlorene Lebenszeit eine Rolle spielt für alle Kinder. Dass wir die mentalen Folgen der Schulschließungen, aber auch der Einschränkungen, unter denen die junge Generation zu leiden hatte, eigentlich noch gar nicht richtig verstanden haben. Und dass Kinder eben kaum gehört worden sind in dieser Pandemie. Deswegen ist es jetzt extrem wichtig, nicht nur Schulstoff nachzuholen, sondern dafür zu sorgen, dass die Kinder aktiv beteiligt werden bei der Rückkehr ins Leben. Und besonders Sorgen macht uns das natürlich jetzt, dass jetzt die Erwachsenen ihre Angst einfach nur weitergeben. Gleichzeitig wollen die Erwachsenen gerne feiern und Normalität haben. Aber an die Kinder denkt dann möglicherweise die Welt wieder zuletzt. Da ist es mit der Solidarität, mit der Wechselseitigen jedenfalls nicht so weit her. Vielen Dank, Udi Tarneden, für dieses Gespräch. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank, einen ganz besonderen, sogar für diese Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Ein wichtiges Thema, wie ich finde, haben wir heute behandelt. Und für all die anderen wichtigen Themen des Tages bleiben Sie jetzt bei phoenix. Bleiben Sie informiert. Tschüss.